Gibt mir den Köcher. Untertitelung des ZDF, 2020 Ich habe einen Dicht, komm rum, in Achtung rein, mit den Einzelnen, die hier rum noch stehen. Sie sammeln sich dort drüben und wollen uns von hinten angreifen. Wenn sie kommen, gehen wir rein und schnappen uns Einzelne, die hier noch um sitzen. Jetzt kommt die noch zu einem Wagenablenkungswandel. Das ist ein 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 Wagenablenkungswandel. Ich werde das Wagenablenkungswandel. Das ist ein Wagenablenkungswandel. Das ist ein Wagenablenkungswandel. Die trauen sich nicht. Die kommen uns eh nicht hinterher. Wenn wir einen ein bisschen kaputt machen, kommen die anderen nicht näher. Wenn wir drohen, dann können wir mitnehmen. Das ist doch perfekt. 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 Der kommt raus. Na gut, der bleibt hier bei mir stehen. Und die können sich welche schnappen. Der kommt da vorne hin. Ist der nicht mitgekommen? Nee, offensichtlich nicht. Beste Position. Das ist der Zauberer. Die Feigehühner. Ja. Ach Tori! Komm her. Wer stirbt, will du stimmst sie. Dann will ich deine Weiche senden. Ach Tori. Wollt ihr handeln. Ah, sie kommen nicht. Ja, sie kommen nicht mehr, sie kommen nicht mehr. Alle. Guck mal, der hält den Kopf für ein Schild. Das soll ein Lager sein, wir sind zu zweit. Los, verschwindet, sonst wird es dir schlechter gehen. Zweikampf? Gerne. An einem neutralen Ort, drüben auf dem Feld, dann sag deinen Männern... Lässt du dich auf so einen Quatsch ein, wir können uns einfach nehmen, was denen gehört. Ihr macht weiter wie bisher, geh vor. Ich werde hier meine Hütte nicht so verlassen. Wer sagt mir denn, dass nicht auch andere von euch kommen? Deckst du die Flanke? Was passiert, wenn ich den Zweikampf gewinne? Und was ist mit den anderen? Warum soll ich dann kämpfen? Ich habe keinen Streit mit dir. Ich habe dann Streit mit dir, wenn du hier unser Lager angreifst. Sag mal deinem Kollegen was. Die Broscher sind auch nicht voll. Dreh die mal nach rechts. Nein, nicht jetzt. Du stehst auch gut im Futter. Die Orks stehen von rechts. Na los! Verschwindet! Von dir lasse ich mir gar nichts sagen. Ich folge deinem Anführer. Er gehört dich zu mir. Wieso? Zu wem gehörst du dann? Der schlag Chora. Und er? Chora. Aha! Ein Bild fürs Wach9er. Ja, schau. Irgendwo wird schon einer rumlaut. Irgendwo wird schon einer rumlaut. Vorsicht, Volks! Die 1-2 sind voll auf den Kriegsverbring eingeladen worden. Bla 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 bla. Ich würde mal sagen allgemeiner Rückzug. Er schießt. Lass mich aus dem Lager rausgehen. Weiß ich nicht. Was ist denn los? Geht? Ja. Es geht nicht. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020